Name your game! Auf Wiedersehen, ich... Die Kommunikation war nicht länger möglich. Was passiert gerade? Es ist vorbei. Der Verschlängerableger ist weg. Diese Stimme, bist das du, Erika? So einfach ist das nicht. Ich bin sie aber auch nicht. Die Mentaldaten von Wormon und Erika sind verschmolzen. Ich bin eine neue Erika, erschaffen von der alten Erika. Eine neue Erika? Bist du jetzt ein Digimon? Er tanzt mir auf dem Kopf rum. Was, wo ist noch? Ich dachte, er wäre mit mir vom Erinnerungsserver geflogen. Was? Was machst du denn hier? Ich habe dich nicht gesehen. Na schön. Also, was meinst du? Mein neues Ich ist ziemlich cool, oder? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es ist eindeutig Erika's Stimme, aber irgendwie erinnert sie mich an Wormon. Ist das überhaupt möglich? Was meinst du? Tut mir leid, ich brauche einen Moment. Ja, das bräuchte ich auch, wenn meine Schwester sich gerade in einen Digimon verwandelt hätte. Das ist durchaus verständlich. Ich muss zugeben, dass ich auch verwirrt bin. Aber ich glaube schon, dass es Erika ist. Nun ja, ich muss sagen, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Aber zum Ende ist das Hoodie wieder vereint. Die Details sind eher unwichtig. Die Hauptsache ist, dass wir dich wieder haben. Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Genau, egal wie du aussiehst, du bist immer noch gut. Willkommen zurück, Erika. Danke, es ist schön, wieder hier zu sein. Was? Was zum... Jetzt geht die ganze Scheiße in die Luft. Die Verschlinger versahmen sich auf Erikas Server? Der Ableger ist weg, aber Eden wird immer noch abgetragen. Die Wirkung von Erikas Geist hat sich verbreitet. Was erkläre es so, dass wir es verstehen können? Als der Verschlinger Ableger Erikas umfangreiche Erinnerungen assimiliert hat, war ein temporärer Geist dabei. Der Geist hat sich dann über das Netzwerk der Verschlinger auf die anderen Verschlinger in Eden übertragen. Erikas Erinnerungsserver war sozusagen das Herz des Geists. Jetzt versuchen sie, ihn zu vereinen, aber auf dem Server ist keine Spur von Erika. Jetzt verschlingen sie sich gegenseitig, um eine Alternative zu dem Herzen zu finden, damit sie sich zu etwas anderem entwickeln können. Dann sollten wir sie wahrscheinlich aufhalten, nicht wahr? Es ist schon zu spät. Der Geist Was zum? Die Verschlinger haben sich zu einem neuen Wesen entwickelt. Erikas Server ist die Hülle und der temporäre Geist, das Herz. Es ist wie ein Baum, dessen Wurzeln sich in ganz Eden ausbreiten, einem Verschlinger-Eden. Verschlinger-Eden? Oh shit. Was ist das für ein Geräusch? Der Geist im Inneren verursacht den Verschlinger Schmerzen, doch die Assimilierung von ganz Eden sind die Schmerzen wohl noch stärker, weil Eden große Mengen an Metalldaten und Gefühlen von Menschen aufgezeichnet und gesammelt hat. Mehr als alles andere will der Verschlinger wieder dahin zurück, wo er vorher war. Zurück? Er trägt zwei meiner Erinnerungen, Neugier, was die Welt da draußen angeht, und Heimweh. Das klingt wie zwei sehr verschiedene Sachen, aber im Grunde ist es das Gleiche. Er möchte dieser kleinen Welt entkommen, eine ganz neue Welt sehen und dann dorthin zurückkehren, wo er hingehört. So habe ich mich gefühlt und er will jetzt das Gleiche. Er ist eine weitere Erika. Müssen wir ihn zerstören? Ich glaube, das wäre das Beste. Aber nicht, um Eden wiederzubekommen. Ich möchte, dass er wieder dort ist, wo er hingehört. Selbst wenn er nur mein Geist ist. In ganz Eden wurden Teile abgetragen. Wir müssen das mit dem Cyberspace selbst aufnehmen. Seid ihr trotzdem bereit zu kämpfen? Immer doch. Da fragst du noch? Wir sind hergekommen, um alles gerade zu rücken. Wir können nicht einfach unverrichteter Dinge gehen. So ist es. Ich habe doch gesagt, dass ich alles tue, was du willst. Und was ist mit dir? Jawohl. Wenn das so ist, will Erika jetzt nur noch eins. Wir rächen uns. Boah, was ist das? Das wird mir noch mal alles abverlangen. Oh, das geht eigentlich eh. Machen wir hier irgendwie den Angriff stärker. So willst du nach Hause? Was ist das denn? So willst du? Wir sind schon fast bei der Hälfte. Gaia-Element. Nostalgie-Welt. Geht, geht, geht eigentlich. Ja, guck mal. Wir müssen gleich heilen. Und zwar die SP von Oriomon. Erinnerung laden, was soll das sein? Das ist unser Zeitpunkt. Combo-Attack, super. Triple sogar. Geblockt. Und zwar vergiftet er uns auch noch. Triple Combo. Sehr nice. Überlass' das mir. Es tut mir leid. Alles ist meine Schuld. Ich habe so viel Leid verursacht. Es wird Zeit, die Sachen zu Ende zu bringen. Bald seid ihr wieder, wo ihr hingehört. Jetzt, Leute. Was ist schon wieder voll? Ist doch krank. Ich gehe mir wieder ein Eingriffs-Bus. Ich gehe mir wieder ein Eingriffs-Bus. Ich gehe mir wieder ein Eingriffs-Bus. Ich gehe mir zur Eingriffs-Bus atauale-Bus. Der bruder Fifth animation-就, glaube ich. Der bruder gleich, glaube ich. Bitte nicht. 1-0-Frau Oh oh Danke für die Heilung. Wir können ihn besiegen. Er ist aber hartnäckig. Wir haben ihn gleich. Perfekt. So gefällt mir das. Können wir durchziehen? Können wir durchziehen? Eine Kombo. Die wird nicht reichen, aber die nächste. Wir haben ihn gleich. Scheiße. Ich dachte wir hätten ihn gleich. So, Start ist weg. Das war erstmal hier. Dann gibst du dem noch SP. Und das kriegst du jetzt. Heiligen Knöpchen. Da wirkt nicht viel. Das ist wieder da. So. Jetzt hat es schon wieder weh. Das war das hier. Und danach die Wiederbelegungskapsel. Ja. Ah, perfekt. Da schützt ihn. Der will uns hier richtig zerstören, aber wir machen es umgekehrt. Das war wichtig. Strahlender Laser. Im Kombo. Ich glaube, wir haben ihn jetzt. Oder beim nächsten Mal. jetzt haben wir ihn ja genau das ist krank der hat hier ressourcen unendlich der nächste gast wir müssen wieder heilen langsam wird unsere heilung auch weniger es wird langsam kommt wieder so eine super attacke 40 hast du das gut Nostalgie Welt oh shit da gibt es noch richtig Gas Nein jetzt kann ich dich attackieren sondern ich brauche Matadormon ja jetzt heilt er ist ein bisschen spät so wir holen noch einen zack bald haben wir es es ist so krank dass hier abgeht wir heilen jetzt zwei vollständig zwei vollständig zwei vollständig komm Nein! Ich wollte mich doch aufheilen. Aber es geht noch. Kommt ein anderer Gast nochmal. Heil uns! So, wir müssen jetzt noch ein Heal-Item nehmen. Wiederbelebung. Gerade schwer zu reden. So spannend. Jetzt haben wir ihn. Oh shit. Komm, vielleicht reicht das ja. Jetzt haben wir es. Ohne XP. Hat sich der Aufwand ja gelohnt. Das ist ein Heal-Item. 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 Untertitelung des ZDF, 2020